Ist this the way to Amarillo? Ist der größte Hit von Tony Christie. In den 1970ern feierte der britische Sänger große Erfolge. Wie jetzt bekannt wurde, plant der sympathische Musiker für 2024 seinen Bühnenabschied, natürlich inklusive einer letzten großen Tournee. Nach über 50 Jahren auf der Bühne verkündet Tony Christie sein Karriereende. Einen 2023 gab Tony Christie bekannt, dass er seit 2021 an Demenz leidet. Allerdings sei die Musik für ihn eine wichtige Stütze gewesen, um mit der Krankheit umzugehen, verriet er in einem BBC-Interview. Zudem versuchte er, sich keine Sorgen zu machen. Ignoriere es, mach weiter und tu das, was du tust, sagte er. Tony Christie möchte aber nicht einfach so aufhören. Für seine Fans hat er nochmal eine letzte Tournee geplant, die ihn in insgesamt acht deutsche Städte – Dresden, Neu-Isenburg, Erfurt, Halle, Magdeburg, Zwickau, Stuttgart, Neuruppin – führt. Start der Konzerte ist im Mai 2024. Bei der The Farewell Goodbye Tour handelt es sich nicht um die erste Abschiedstournee von Tony Christie. 2019 hatte der Schlagersänger bereits sein Bühnen ausverkündet, kehrte dann aber für weitere Auftritte wieder zurück.